Kapitano ist da. Saison 21-22. Fühlt sich komisch an. Einen Saison-Rückblick zu machen, wo man theoretisch auch sagen könnte, wir reden mal über die letzten 15 Jahre. Wir zeichnen auf, zwei Tage nach Saisonende, zwei Tage nach dem Quark-Rück-Spiel. Ist das irgendwie ansatzweise, abgesehen davon, dass du heute länger auf dem Spielplatz warst als sonst, wahrscheinlich in den Wochen zuvor, ist das irgendwie schon bei dir angekommen, dieses neue Kapitel im Leben von Dominik Spohr? Nein, ist überhaupt mal nicht angekommen. Es ist auch völlig surreal und nicht greifbar. Also es fühlt sich an wie Saisonende, das schon. Also ein bisschen jetzt auch emotional die Luft raus ist so. Aber es fühlt sich nicht an wie Karriereende. Das heißt, wir können auf das zurückkommen, wo wir nach dem Leverkusen und nach dem Rostock-Spiel zurück, wo wir darüber gesprochen haben, Danking gegen Leverkusen, Danking gegen Rostock, wie kann man, warum zum Henker dann seine Schuhe an den Nagel hängen? Aber die Entscheidung steht und du bist immer noch glücklich damit. Klar, die Entscheidung steht. Die ist in den Stein gemeißelt. Und ich bin auch glücklich damit. Das ist ja jetzt nur, wie gesagt, noch surreal und schwer zu kapieren irgendwie. Aber glücklich bin ich trotzdem. Gibt es sowas wie eine, wir hören im Sommer 2022 auf, WhatsApp-Gruppe? Also wenn wir uns umgucken, du, Chase Griffin und dann nehmen wir meinetwegen jetzt noch die großen drei, Ricky, Alex und Per noch dazu. Eventuell, man weiß ja nicht, je nachdem was in Frankfurt passiert und Tess auch noch. Aber es ist einfach tatsächlich ja eine ganze Generation an Spielern, die jetzt diesen Sommer da, wirst du was, Jungs, noch ein langes Loch hingehalten. Jetzt ist mal Feierabend. Habt ihr euch irgendwie ausgetauscht? Wir haben uns ausgetauscht. Es gibt diese Omenuse-Gruppe. Jetzt ernsthaft? Ja, wir haben uns halt vorgenommen, jetzt alle die Schuhe an den Nagel zu hängen. Jeder ein Jahr Pause macht das, was er will, um dann der Mannschaft zu melden, dann nochmal von der Probe bis ganz nach oben durchzustarten mit dieser Besetzung dann. Wer ist der Coach? Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man so dem Trend in meiner Laufbahn folgen möchte, dann müsste es eigentlich wieder Dietmar Günther machen. Warum nicht? Weil den hatte ich schon in der Regionalliga als 15-Jähriger, dann in der NBWL als so ungefähr 19-Jähriger und dann ja nochmal vor fünf Jahren ungefähr, als er dann bei Phoenix nochmal als Cheftrainer übernommen hat, als Intrins-Lösung. Deswegen, also das wäre nur, wenn man der Logik folgen wollte, dann müsste Dietmar's machen. Und ihr könntet ja theoretisch so eine reine, fast eine reine Günther-Schwohr-Truppe aufmachen. Das wären ja Jasper, Peer, Philipp, Dietmar als Coach plus du, braucht er halt noch einen Fünften. Ja, aber ich glaube, Jasper hat noch Ambitionen. Ich hörte davon mit Münster. Nein, aber tatsächlich, wenn du so zurückblickst auf diese Saison 2021-2022, ab dem Punkt, wo du für dich weißt, okay, das war es für mich. Ende des Jahres, Ende der Saison, das war es für mich. Was macht das mit einem vom Kopf her? Ist das dann tatsächlich so, dass dann ganz viel in einem vorgeht und man ganz oft so dieses, ey, ein letztes Mal in diese beschissene Umkleide in, nenne irgendeine Halle? Weißt du, oder ein letztes Mal, weiß ich nicht, zu Hause gegen den? Oder ein letztes Mal spiele ich gegen XY? Was macht das mit einem Kopf? Also man hat das schon, ne? Also das letzte Mal, Paul-Horn-Arena, meinetwegen in Tübingen, war so, ey, wie oft ich in der Halle war, ne? Tübingen war immer... Ich hasse das Licht in dieser Halle, ne? Das ist eine geile Halle, aber das Licht ist ganz schlimm, finde ich. Mit den Mannschaften, wo ich Poir gespielt habe, da war Tübingen auch in der Poir. In den Jahren, wo ich in meiner Mannschaft in der BBL war, war Tübingen auch in der BBL. Also gefühlt war das immer, ist das immer so synchron abgelaufen. Deswegen war ich da so oft in dieser Halle. Und als wir dann jetzt vor ein paar Wochen da gespielt haben, dann war es so, ey, letztes Mal Paul-Horn-Arena, krass, ne? Und so war es dann halt auch mit ganz vielen anderen Sachen. Aber nie so, dass ich gedacht habe, oh, ein Glück muss ich hier nie wieder hin. Aber so war es nie. So war es vielleicht in der einen oder anderen Pro-A-Halle, wo man vielleicht nicht so gern hingefahren ist, weil es, weiß ich nicht, eine weite Fahrt war oder weil da auch... Vielleicht auch einfach, weil man keine guten Erinnerungen hatte, dass man dann gesagt hat, boah, zum Glück hier nicht noch mal hin. Aber eher, ein Großteil, über 90% der Zeit war es so, dass ich gedacht habe, ah, okay, jetzt letztes Mal das und das. Letztes Mal hier duschen oder was weiß ich, keine Ahnung, solche Dinge. Letztes Mal Shootaround. Und dann letztes Mal Einlaufen. All solche Sachen, all solche Sachen. Das war mir schon bewusst die ganze Zeit über. Aber irgendwie war es dann doch immer so, wenn es dann... Wenn jetzt das Spiel losging, auch davor noch im Warm-Up, auch manchmal noch drüber nachgedacht, hey, krass, das ist jetzt auch bald... Das ist jetzt auch bald nicht mehr. Aber sobald irgendwie Tip-Off war, da konnte ich es immer irgendwie ausschalten. Ja. Ich glaube, das würde einem wahrscheinlich auch mehr hemmen, als das es gut wäre, oder? Ja, glaube ich auch, ja. Also es ist ja nicht so, dass man auf einmal crazy Energie spielen würde, nur wenn man weiß, ich spiele jetzt nie wieder in dieser oder jenen Halle. Vielleicht verbrauche er das. Wobei man ja schon den Eindruck gewinnen konnte. Also um jetzt nochmal auf das Leverkusen- und das Rostock-Spiel zurückzukommen, wo man schon dachte so, alter, was ist denn mit dem auf einmal los? Also jetzt nicht auch losgelöst von den beiden Dunks, aber dass man irgendwie so von außen betrachtet, dachte man so, okay, jetzt haut der dann nochmal raus, was irgendwie geht, tatsächlich. Ja, man darf nicht vergessen, ich habe mich extrem gut vorbereitet auf die Saison. Ich war im Sommer, habe ich sehr viel gearbeitet, bin extrem fit gemacht. Da kam halt immer mal wieder ein kleiner Rückschlag, jetzt nicht verletzungstechnisch, aber mal so krankheitstechnisch, was ich da ein bisschen länger hingezogen habe, dann auch nochmal mit Kugel zwischendurch und so. Aber trotzdem, die Basis war ja stark, das Fundament war ja da, das, was ich im Sommer gelegt hatte. Deswegen sehe ich das jetzt gar nicht so als so eine große Überraschung an, wie das vielleicht der eine oder andere gesehen hat. Und das jetzt nur an diesen Dunkings zu bemessen. Ist ja nur ein Zeichen dafür, dass die beiden dann noch funktionieren. Ist das doch gut. Aber wenn man diese Saison nimmt mit all den Hüllen und all den Tiefen, gibt es irgendwas, wo man dann gerade, wenn man dann weiß, okay, ey, wisst ihr was, Jungs, jetzt nach 15 Jahren ist es auch mal gut, dann im Sommer, macht man sich da irgendwie so eine Checkliste, wo man sagt so, ey, das will ich noch irgendwie mal mitnehmen oder das will ich nur mal... Ne, Checkliste nicht unbedingt, also nicht jetzt wie so eine Bucketliste, also das nicht, aber schon jeden Moment so speziell wertschätzen, dass man dann auch, wo man seinen Teammates gerecht wird. Ich hatte wieder ein paar Wahnsinns-Teammates dieses Jahr, also bin ich sehr dankbar für, dass ich im letzten Jahr nicht mit irgendwelchen fragwürdigen Charakteren da verbringen muss zu sein. Das war überhaupt nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Das war super, das Team Schimmel stimmte auch. Und, ja, das war einfach so eine Sache der Wertschätzung der einzelnen Momente. Dass man dann vielleicht auch mal, keine Ahnung, nach dem Spiel müde gewesen, oder vor dem Spiel, sagen wir, Tag vorher angeweist irgendwo, dass man dann auch mal gesagt hat, ey, ich bin zwar eigentlich müde, ich könnte mich jetzt hier zwei Stunden hinten auf meine Rückbank legen, aber jetzt haben wir hier auch ein paar coole Themen, also ich bleib lieber dabei und quatsch ein bisschen mit den Jungs. Nochmal so eine andere Art von Bonding einfach. Das war durchaus auch der Tatsache geschuldet, dass es das letzte Jahr war. Haben die das, oder hat der Rest der Truppe das realisiert überhaupt tatsächlich? Also jetzt gerade die Jungs, gerade die Amis, meine Wege, die ja einfach, ich sag mal so, wenn du als Deutscher im Deutschen Basketball unterwegs bist, dann weißt du, ab einem gewissen Zeitpunkt, ah, okay, der ist schon so lange dabei, der ist schon so lange dabei, der ist seit 5000 Jahren bei dem Club etc. pp. Aber gerade wenn du halt, ne, ja, als Ami hier rüberkommst und gerade wenn es, wenn es eben vielleicht, was weiß ich, bei CJ sogar noch das Rookie-Jahr ist, woher soll der sich im deutschen Basketball auskennen? Und für den dann genau das einzuschätzen, dass du auf einmal merkst, ey, du spiegst ja mit einem Typen zusammen, der kommt aus der Stadt, ist jetzt wieder da und hört am Ende des Jahres auf. Also diese, diese Tragweite auch so ein Stück weit einzuschätzen. Hast du das gut, oder wie habt ihr das im Team besprochen, verarbeitet? Also ich bin da nie mit Hausieren gegangen, also weder damit, wie lange ich das schon mache oder wie lange ich das noch vorhabe zu machen. Also mit keinem dieser Sachen nicht Hausieren gegangen. Ich habe auch nie irgendwie raushängen lassen, dass ich, dass ich da auch schon mal höher gespielt habe oder irgendwie so ein Quatsch. Das habe ich nie gemacht. Ich wollte immer halt mein Spiel für sich sprechen lassen. Aber ich habe immer gedacht, die werden schon merken, wie sie mich einzuschätzen haben. Klar, spricht man mal darüber, also ich habe CJ direkt am Anfang gesagt, das war das erste oder zweite Training. Da hatten wir mal die Situation, er mit Dampf nach vorne, ich so quasi hinter ihm her in seinen Windschatten. Und dann, weiß nicht, da hat er irgendwo in die Ecke gepasst. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn ich hinter dir bin, du musst einfach nur mit Dampf nach vorne, du nimmst noch ein bisschen meinen Gegenspieler und flippst ihn einfach. Ich liebe diesen Wurf, habe ich Ihnen ja gesagt. Und dann gibt es bestimmt fünf, sechs Beispiele im Spiel diese Saison, wo genau das passiert ist. Er mit seiner Kuppen ist nach vorne, noch meinen Gegenspieler so ein bisschen gebunden und dann einfach das Ding nach hinten. Und dann drei, also das sind halt solche Sachen. Aber die sind ja wichtig auch, dass die Mannschaftskollegen das wissen. Jetzt nicht nur bei mir, auch. Ein Aufbauspieler muss ja auch wissen, was macht Marcel Kessen so, dass der nicht so ein typischer Brettcenter ist, sondern dass der auch mal gerne draußen ist und Dreier wirft. Solche Mechanismen sind ja einfach wichtig. Aber mit dem Großen und Ganzen habe ich keinen belästigt. Am Ende habe ich mal gesagt, da war auch ein emotionaler Sieg, ich weiß nicht, Trier oder Nürnberg, wo wir auch dann mit sieben Spielern mehr oder weniger nur in der Routation also richtig alles gegeben haben und dann nach dem Spiel im Halle so ein enges Ding und gesagt dann, ey, ich liebe das mit euch zu spielen und ich könnte mir keine bessere Truppe vorstellen für das letzte Jahr. Das habe ich auch wirklich so gemeint. Das ist halt auch so lustig, weil von wie vielen Zufällen sowas ja auch abhängig ist, wenn man nicht trage ist. Also weil du hast ja als Spieler hast du ja in der Regel relativ wenig Einfluss drauf mit dem, was für Pappenheim ein Spielst du zusammen. Und dass du dann halt eine Truppe hast, die einfach so funktioniert, also ja, ein Stück weit schon, aber du hast so gut wie gar keinen Einfluss. Das braucht man nicht immer bewerten. Wenn viele sich das immer anders vorstellen, so habe ich schon öfter mal gehört, habe ich sogar schon Anfragen bekommen, so hey, kannst du nicht mal das Wort für mich einlegen. läuft das nicht. Ich bin zwar, mein Wort hat vielleicht am Ende wird gehört so, das vielleicht schon, auch aufgrund der Erfahrung und alle, aber ich kann mich nicht wundern in der Position, irgendwelche Spielerentscheidungen zu treffen. Ich meine, je nachdem, was du halt für ein Verhältnis mit Coach hast und gerade wenn man halt irgendwie schon ein paar Tage dabei ist, dann kann man sich ja durchaus mal austauschen. Weißt du, oder so, pass mal auf, gib mir mal deine Meinung zu dem oder dem, wie siehst du das? Aber klar, letzten Endes erst final entscheiden, kannst du nicht. Das heißt, du kannst doch immer nur deine Meinung anbieten. Wenn sie halt gehört wird, dann cool und wenn nicht, dann ist es halt so. Es ist ja nun mal dann auch nicht der Job des Spielers, den Kader zusammenzustellen. Genauso wenig meiner. Aber trotzdem kennt man ja den einen oder anderen oder kann gewisse Dinge einfach aus der Erfahrung heraus dementsprechend... Weil du kannst ja dem Trainer, andersrum kannst du dem Trainer dann nicht auch sagen, noch eine Minute 30 zu spielen im vierten Viertel, kannst du ihm ja nicht auch sagen, hey, geh lieber lieber rein, geh lieber lieber die Dreier. Das funktioniert ja nicht. Jeder muss ja sein. Jeder muss ja sein. Du kannst nur immer den machen, wenn die Beine lahm werden. Ja, aber ich meine, selbst dann wird der nicht den Trainer reingehen, sondern wird ein anderer Spieler reingehen. Das meine ich mit. Jeder muss sein Teil beitragen. Aber wenn wir bei dem Thema sind, gibt es denn in den letzten 15 Jahren irgendwen, mit dem du gerne mal zusammen gespielt hättest, wozu es aber nie gekommen ist? Also ganz spontan, ohne Vorbereitung auf die Frage. Die ist mir jetzt auch erst spontan eingefallen. Einfach nur, weil es ein geiler Typ ist, dann hätte ich jetzt JJ Mann gesagt. Und der übrigens, fand ich immer noch eine geile Geschichte, als wir im Sommer gegen die, in der Preseason gespielt haben, als er in Flip Flops in diese Halle geschlupft kam, in Haspel, Chris gesehen hat und ihm erst mal sagte, hey Chris, today, 30 in Sandals. Ich glaube, er hat er 27 oder so gemacht. Aber stimmt, das ist ein geiler Typ. Auf jeden Fall. Also ich glaube, der ist auch extrem entspannt, wenn man nicht auf dem Feld steht mit ihm. Ja, absolut. Aber warum JJ Mann? Wo ist der Berührungspunkt bei euch? Ja, der hat mich einfach, also wir haben ja nie, habe ich ja schon gesagt, also nie zusammen gespielt, aber ich habe ja auch so, jetzt nicht so, dass man sich irgendwie, wer weiß, wie gut kannte, aber er hat gesagt, hey, Montag, bei mir, Poker Night, Paus Leverkusen, also ein paar von seinen Teamkollegen und von uns waren auch zwei, drei Jungs da, hast du Bock zu kommen? Okay. Ich sage, ja klar, danke für die Einladung, das soll ich mitbringen. Dann bin ich hin und habe einen witzigen Abend. So muss das laufen. Ja. Okay. Du hast eben Bucketlist gesagt, was steht auf der Bucketlist für jetzt den Sommer, wo du sagst, irgendwann muss ja auch der Ernst des Lebens kommen, Berufsleben, das ist das nächste Kapitel, aber ich will jetzt einfach dieses, jenes, was auch immer machen oder ist es einfach, einfach mal den Körper zur Ruhe kommen lassen und schauen, was passiert. Ja, zur Ruhe kommen lassen, ey, ich versuche jetzt, ich muss jetzt natürlich, ich muss jetzt natürlich zusehen, wenn diese Trainingsbelastung weg ist, dass ich mich irgendwie 20 Kilo zunehme oder so, das steht auf jeden Fall. Ja, das kommt erst nach 10 Jahren. Bis dahin hat es noch ein bisschen Freifahrtschal. Wenn man jetzt ein paar gesunde Gewohnheiten sich so sich so angewöhnt, ich glaube, dann kann man diesen Kelch nochmal, ich weiß nicht, 10 weitere Jahre nach hinten verschieben. Ne, also, was ich jetzt groß, das war ich, ich habe mich nicht, natürlich mit der Familie, ein bisschen wegfahren, ein bisschen Urlaub machen, das sind so die, das sind so die großen Dinge jetzt und dann, ja, vielleicht auch schon, was die berufliche Zukunft angeht, ein Stückchen weiter zu kommen, als ich es jetzt bin. Jetzt bin ich ja noch, mehr oder weniger, völlig blank, was das angeht, aber vielleicht kann man da ja schon die ersten Schritte gehen. Ja. Letzte Frage, ähm, wir haben es eben schon gesagt, ne, ihr seid ja jetzt so ein ganzes Gruppchen, wobei ich das mit der WhatsApp-Gruppe immer noch nicht abkaufe, ein ganzes Gruppchen an Jungs, die ja jetzt diesen Sommer nochmal aufhören und du und Chase, ihr seid ja einfach dadurch, dass die Pro-A-Saison früher dran ist, einfach jetzt schon quasi früher aus der Nummer raus als die ganzen BBL-Jungs und gerade Per ist ja nochmal so einer, ne, nochmal auch als Hagner Jung, wenn auch geboren und gießen, aber das können wir jetzt mal, ne, mal nebenbei, in BBL zusammengespielt, der ganze Kladderadatsch, auch befreundet halt. Genau, und ihr habt irgendwann dann jetzt endlich mal Zeit, die Kids zusammenzubringen. Das haben die letzten Jahre jetzt auch schon... Ja, aber nicht so, wie ihr wolltet, sagtest du ja, ne? Ne, das war halt dann auf die kleines Zeitfenster im Sommer dann begrenzt, ja, also war jetzt auch nicht, dass wir dann beide hier immer den ganzen Sommer über eine Hand verbracht haben, sondern es war dann halt immer so kleines Zeitfenster, aber da haben wir es schon, haben wir es schon wirklich gemacht, wenn es irgendwie, wenn es irgendwie vorbei gepasst hat, haben es schon irgendwie möglich gemacht. Dein Tipp an ihn, der jetzt noch einen guten Monat zu gehen hat, eventuell Playoffs sogar länger, was, worauf soll der achten auf diesen letzten paar Metern? Tipps, wie ich es mir sehe, sowieso immer sehr schwer, aber ich glaube, also wenn es einer, wenn es einer zu schätzen weiß, das alles, dann ist es glaube ich fair. Ich glaube, der braucht da keine Ratschläge, also der wird das, der wird das genießen und der wird das in der Form, wie es auch angemessen ist, wertschätzen, dann wird er eine wahnsinns Verabschiedung kriegen in Ulm, denke ich.